Zwischen Kohleofen und Klimakrise, Konsumhülle und Spätverkauf, Kapital und Anarchie, Kultur und Baukräne, stehen wir, Fido Deismann 2020. Jo Leute, wir sind Fido Deismann, willkommen hier auf unserer Projektseite. Ihr seid hier mit uns in der Höhle, in unserem Studio, da wo die ganze Magie passiert. Wir sind gerade heftigst am Arbeiten an 2020, unserem Debütalbum und das soll mit eurer Hilfe auf Vinyl erscheinen. Wir haben hier super viele Infos reingehauen, falls ihr doch noch Fragen oder Anregungen haben solltet, meldet euch doch bitte. Auf jeden, checkt das aus und jetzt lassen wir noch ein paar Leute für uns sprechen. Tschüss. Fido und Eismann in zwei Worten. Einfach machen. Fido und Eismann in zwei Worten. Das ist DIY, Authentizität. Philotropisch, vereisungsvoll. Jazzig, dreckig. Boah. Es ist eigentlich unmöglich, das in zwei Worten zu packen. Nur deshalb gehören die Supportet. Und ohne dich wird das nix, ja. Und ohne dich wird das nix. Warum sollte man Fido und Eismann supporten? Ich weiß ja warum. Viele machen Halbladen, doch die beiden gehen volle und auf die ganze Distanz, bis sie bei dir ganz nah ankommen. Also supportet die Jungs. Peace. injuredig. Ich weiß ja warum. Ich weiß ja weiß ja warum.